Jo, Willkommen zurück bei Call of Duty 2, genau an der Stelle an der wir das letzte Mal aufgehört haben und ich habe da hinten noch etwas Interessantes entdeckt, da liegt noch eine Snippe rum, die nehmen wir doch gleich mal mit, man weiß lieber an der uns eine Snippe brauchen kann. Ja, froh! Kaum ist man gekommen, wird man direkt angegriffen, naja. Reinladen, ja, die hat was mit, stirb. Warum soll ich weglaufen, lauf du weg. Immer wie sie sich ansteigen, feigeln. Jetzt meinte er, er wäre Kupen. Ich bin nicht! Ich brauche Deckung beim Nachlagen! Und tschüss. Gehen Sie in Deckung! Dies ist eine Razzia. Jo. Und wie bereits gesagt sind wir für die russische Telekom unterwegs. Das sind wir immer noch. Und gleich müssen wir noch ein paar Panzer hochjagen. Das sind wir sowas wie Telekom-Panzer-Killende-Telefon-Männer oder sowas. Und nachladen. Und weiter geht's. Wo ballert denn der her? Naja. Ziehen können die auch nicht. Noch mal einen an der 42. Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab einen! Und tschüss. Oder auch nicht. Jetzt aber. So, jetzt hoffen wir, ob es dann alles klar geht. Wer wurde getroffen? this hasessen nach, Jetzt nicht mehr... Best um starke�artenBRARA! Ach, Mann! Jetzt Business und conclusions! 's zu schrauben. Warte erscheinen! Die Imaginerが何を най speculation! Sивает Ba duel! Let's go down! Wie sie denken, sie können sich verstecken von mir. Naja. Wenn sie meinen. Die wollen und wollen nicht sterben. Gut, ich würde es auch nicht wollen, aber mich treffen sie ja nicht. Oh. Töte ja nie wieder meine Freunde, Bastard. So. Ich brauche eine Zielscheibe. Deine Schwester kann sogar ich mitbringen. Hey, Ivan, leck mir den dreckigen deutschen Hitler. Ja, alles klar. Keine Angst, wir kümmern uns um eure Frauen und Kinder. Ich leck dir mit deinen dreckigen Kindern. Und bevor du dich um meine Frau und Kinder kümmerst, kümmer ich mich um dich. Jetzt wird es gleich lustig. Wir empfangen sie laut und deutlich, Genosse Koslow. Gut gemacht, warten sie einen Moment. Rie, riepia, dati brava liestum. Na, nieto brava liestum. Panzernieren sich hier auf Sektor. Finden sie die Bastarde. Ende. Schade. Jetzt habe ich gedacht, Ich hol es wenigstens ein paar mit. Nix. Deckung. Ja, ich habe es in Erinnerung, dass da gleich da vorne ein bisschen was los ist. Oh, 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 oh. Naja. Nicht so. Ich bin ja auch schon Sven. So. Ein paar wen hier. Unkrautjäten, nämlich. Das ist ja hobbymäßig. Hups. Und jetzt ein deutscher Reden, bei dem er sich so ein bisschen stürmt ist. Wie schnell sich doch das Blatt landen kann. Schuss. So, nochmal die 42er. Bisschen Spaß. Was kommt denn da? Oh, nicht gut. Ein Panzer. Boah. Erstmal weg hier. Juck. Das war glaube ich ein Hammer. So. Das war wieder ein bisschen weniger. Und jetzt ist der erste Panzer. Boah. Verdammt. Der sieht mich ja noch. Ich muss warten, bis der Panzer mich noch mal sieht. Und ich in Brotten. Mach verdammt. Jetzt, jetzt, jetzt. Alter. Verdammt. Weg, 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 weg. Ja, ja. Alles klar, alles klar. Da überfährt er mich. Weißt du, sonst überfähren die nie einen. Aber dann einen, ja, wenn dann jetzt beendet werden wir fahren. Ja, typisch. Okay. Okay. Einfach weiter. Und dasselbe Spielchen wie eben. Nur diesmal ein bisschen besser. Okay. Ja, die zwei Granaten waren gar nicht so schlecht. Oh, jetzt kann ich mir die Panzer nehmen. Und jetzt weg hier, weg hier. Das war's damit, die Panzer. Naja, doch nämlich, aber jetzt. Schöne Granaten in den Panzer und Hubs. Voila. Wow. Ich dachte, das wären meine Hubs, oder? Tja. So. Oh. Hab ich doch gerade irgendwo reinrängen sehen. Der ist ein Arschloch. Also, es wird irgendwie helfen. Aber jetzt kann ich... Von mir ist niemand sicher. Ich sehe nicht alle. Merk' ich das. Wo ist jetzt hier nochmal was los? Wo, was, wer? Nach da unten. Oh, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die denn alle hin? Naja. Au. Oh, 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 oh. Das heißt, ich muss jetzt wieder. Oh, 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 oh. Zwei auf einmal. Alter. Alter. Das war knapp. Naja. Knapp. Und bei ist auch der Nebel. So, aber erst mal jetzt den Panzerbomben. Alter. Geht doch. Kleines Feuergatt mal wieder. Achtung. Und tschüss. Oh man, die Zeit geht immer so schnell vorbei, ey. Aber ein bisschen kann ich noch. Ich kann die Mission im Endeffekt noch zu Ende machen. Aber das ist doch. So. Diesen letzten Panzer muss ich jetzt mal... Ui. Loswink. So. Jetzt muss ich ja den Penner da wegkür. Und falls komme ich ja nicht an diesen Scheißpanzer ran. So. So. Und schon weg. Und dann muss ich schnell sein. Und jetzt schnell weg. Runter. Na also. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Wir werden das Bandgelände gebrauchen. Ja, ja, alles klar.